Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es die besten Twitch Clips von Griefer Game Streamern, die ich bis jetzt erstellt habe. Ihr werdet gleich nicht alle unterschiedlichen Streamer sehen, weil die alle die ganzen Clips von mir erstellt sind. Und ich bin ja nicht knallhartig vom Most Wanted, der 24 Stunden am PC sitzt und die ganzen Streams schaut. Das gibt eine Anzeige. Jedoch sind da die ein oder anderen sehr guten Szenen vorhanden. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Clips und kommentiert gerne, ob sowas mal öfters kommen soll. Das hatte ich jetzt einfach mal mit meinen Clips, die bei mir erstellt wurden, angefangen. Jetzt tue ich mal das Ganze mit Clips, die ich erstellt habe, machen. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, einfach gerne den Daumen nach oben reinhauen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Clips und haut rein. Also Serda würde jetzt folgendes sagen. In einer Diktatur kann nur einer gewinnen. Aus, ja, so, ähm, sehr gut, aber Serda ist auch so ein kriegsfanatisches Kind. Ähm, also Serda, wenn du das siehst, weißt du Bescheid. Also die Mädels sind hier schon ganz wuschig, pass auf. Hört ihr es an? Ähm, Smaragblöcke, Emeralds, Loot, Loot. Lira, zu laut, ist ein Diss. Ja, Teddy, das würde mich nicht mal wundern, ne? Ah, nee. Das würde mich echt nicht wundern bei ihm. Mach mal leiser da, ich muss das sehen. Wo ist denn eigentlich dein Birth Egg? Äh, ja, weiß ich nicht. Wo ist es denn? Demo stinkt. Ja, finde ich auch. Wer ist Demo? Warum stinkt er? Kann er sich nicht waschen? Was ist da los? Ich glaube, ich belohne das sogar mit einem Schild. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Naja, Daywalker funktioniert hier nicht. Deine, deine Erschreckungsanfälle muss man hier nicht, ähm, haben wir hier nicht. Gibt es hier nicht. Nein, nein. Oh, genial. Alles ruhig, alles, alles ruhig bei ihm im Chat, bei dem Daywalker letzte Nacht, ja. Und ich hau da erst mal eine kleine Donny raus. Und er da so, wie so ein Frittchen auf Elektro. Teddy stinkt mehr, achso. Ein böses Demo. Ab in die Ecke mit dir. Hier sind halt keine Geier. Okay. Der Teddybär ist im Gewinnspiel drin. Und jetzt mache ich ihn raus, weil er ja kein Geier ist. Also wir haben ja letztens ja Star Wars gemacht mit Zapter. Wir können auch gerne mal was anderes mit ihm machen. Fußball-Event oder so. Bei mir auf dem Server. Und ein bisschen Griefer Games Money. Das wäre schon sicher ganz lustig. Der Teddybär-Bannwellen-Event. Ja, das ist eine neue Idee. Das habe ich so noch nie irgendwo gehört. Ein Bannwellen-Event. Ja, gut. Oh, scheiße, ey. Das würde ich mir nie verzeihen. Ich bin ein Boss in meiner Welt. Und wenn ich will. Das bin ich. Das mache ich. Das ist meinst. Hör mich, das mache. Hör mich bei uns an, ey. Da mache ich das mit den Trin. Trin. Ich bin ein Boss in meiner Welt. Äh, Teddybär. Das klingt auch wie was ganz anderes. Ei, scheiße. Leute, sorry. Aber ich nehme den Stream runter. Das kann ich gar nicht mehr antun. Und ihr wisst schon. Von Leuten, die ein Gehirn haben. Gibt es, glaube ich, keinen, der wir nicht leiden. Ja, Fienchen, ich leide die. Ähm. Fienchen, ich leide die Kohle einfach. Ja. Und du gibst sie mir wieder, wenn du sie hast. Also. Das ist nicht das Problem. Das ist ja, wie gesagt, einfach nur geliehen dann. Und dann kannst du es abarbeiten. Warte mal. Das kann man falsch machen. Das ist wirklich ein bisschen. Teddybär, mein Lieber. Danke für 100 Los Beteros. Und ich weiß, wem ich gerne grüßen würde. Ich grüße ihn extra für dich. Will mal Eier krollen. Grüße dich, mein Lieber. Ich schwere zur Zeit, Alter. Ich schwere. Das ist Katastrophe. Hashtag Subtor stinkt. Das finde ich gut. Zed Foxy hat schon wieder geschafft. War irgendwie logisch. Und Hashtag abgestinkt. Ja, das ist da völlig mein Rang. Hier, Fabi, weil ich dich lieb habe. Die anderen seid zwar auch lieb. David, piss dich. Juba. Scheiße, Digga. Ich habe das schönes Mal erklärt, Sosu. Wer hat denn hier jetzt hier angefangen zu bauen? Ey, du verpennt, Heini. Ich hau dir gleich mit dem Brötchen auf den Kopf. Er braucht auch was zum Verlosen bei mir. Genau. Man nutzt sich das in anderen Streams und verlost es dann wieder selber. Natürlich. Hashtag Abgearmy. Einfach Jan und... Oh. Ich glaube, da kommt ein Raid rein. Das ist Abgearzubarno ohne geradet F. Was? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Er hat zu Bano ohne Unterstrich geredet. Auch kein Ding. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich kann mich auch nicht auf der Straße hinstellen, wenn ich mich mit einem Mann prügel und sage, okay, gut, der kriegt jetzt volles Bett einer auf die Fresse und dann kommt seine Perle um die Ecke, weißt du, die mehr Oberarme hat als ich. Die kann ich doch nicht anders behandeln, nur weil sie eine Frau ist, mehr oder weniger. Gut, eine Frau vielleicht auf Steroide, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das geht nicht. Das kann ich nicht bringen. Die muss genauso einer aufs Maul kriegen wie ein Mann. Du bist scheiße.